Jedes Jahr gibt es eine Zeit, die uns zum Träumen bewegt. Einen magischen Ort hoch oben. An dem die Zeit still steht, Wünsche in Erfüllung gehen und der Kinderaugen zum Strahlen bringt. Gemeinsame Momente werden unvergesslich. Ein Winterwunderland, das darauf wartet, mit allen Sinnen erforscht zu werden. Fantasie nimmt Gestalt an und zieht in ihren Bann. Geschichten aus nah und fern fesseln jung und alt und entführen in spannende neue Welten. Ein Meer aus Lichtern umhöhlen das Winterwunderland bei Nacht. In diesen Lichtern glitzern die kleinen Häuschen mit ihren einzigartig geschaffenen Wunderwerken. Wärmende Feuerstellen begleiten durch die kalte Winternacht und stärken Gaumen und Geist. Atemberaubende Flammenzauberer erheben mit magischen Ritualen die Dunkelheit. Lichterpfade entführen in eine Welt voller Hand geschaffener Kunstwerke. Illusionen entfesseln von der Wirklichkeit und stellen die Welt auf den Kopf. Wenn Riesen zu Zwergen werden und Zwerge zu Riesen, dann seid ihr am Zielen. Waldwipfelweg St. Engelmar Friedhelm 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 SPOBA Friedhelm Friedhelm Vielen Dank.